Auch heute wollen wir uns wieder ein statisches Gleichgewicht ansehen. Wir werden dabei wie immer eine eher komplex wirkende Angabeskizze in ein möglichst einfaches Freikörperbild verwandeln und dann das Gleichgewicht aufstellen und lösen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das jetzt bitte nach und gib dem Video auch gerne einen Daumen hoch. Vielen Dank für deine Unterstützung. Herzlich Willkommen zurück auf dem Kanal. Wir sehen uns also heute diesen Kran an, der hier aus im Grunde drei Teilen besteht. Wir haben einen Vorderteil, einen Mittelteil und einen Hinterteil und all diese Teile haben definierte Schwerpunkte mit definierten Gewichtskräften. G1, G2, G3. Und natürlich, ein Kran wäre sinnlos, wenn er keine Lasten zu heben hätte. Also haben wir auch eine Last hier vorne, die dran hängt. Und hier ist jetzt aber nicht gefragt, wir kennen die Gewichtskraft und sollen alles andere bestimmen, sondern die Frage ist, welche maximale Last lässt sich mit diesem Kran eigentlich heben? Also im Grunde so etwas wie ein Auslegungsproblem. Natürlich darf er dabei nicht umkippen und wir werden uns, wie wir sehen werden, den Grenzfall dieses Nichtumkippens ansehen. Der ist nämlich wohl definiert und den können wir berechnen. Auf dem Weg dorthin ist auch noch gefragt, welche Kräfte die vier Reifen aufzunehmen haben, wenn man die Last mit konstanter Geschwindigkeit anhebt. Konstante Geschwindigkeit deswegen, weil es dann eine konstante Kraft, Gewichtskraft G gibt, die zu einer Belastung der Reifen führt. Sehen wir uns also einfach einmal an, wie wir dieses Problem in ein einfaches Freikörperbild übersetzen können. Wir starten wieder einfach mit einer Art Träger, mit im Grunde der Unterlage und ich übertrage einfach die Lage der Schwerpunkte aus der Angabeskizze hier nach unten. Wir haben den Punkt A, wir haben hier den Schwerpunkt, hier dann in der Höhe S2 und hier S3 und dann noch der Punkt B für die Hinterreifen und natürlich hier die Gewichtskraft, die aus dieser Last auf das Seil des Krans vorne ausgeübt wird. Beginnen wir mit dieser Last, die Last hier lautet einfach einmal G. Dann haben wir natürlich wiederum zwei Re da vorne und hinten. Wir haben also zweimal Na, Gewichtskraft G1 laut Angabe, Gewichtskraft G2, hier hinten zweimal NB bei den Hinterrädern und die Gewichtskraft G3 bei S3. Ein Koordinatensystem wollen wir wieder definieren. Das ist wiederum x nach rechts, y nach oben, damit positive Rotation gegen den Uhrzeigersinn. Und wir können dann hier auch noch entsprechend die Geometrie eintragen. Wir haben hier vorne den Abstand klein a, hier den Abstand klein b. c, c, d und e. Damit ist das Freikörperbild schon wieder vollständig. Und wir sehen, es übersetzt sich wieder alles in ein recht einfaches Freikörperbild. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch zusätzlich noch etwas, nämlich es gibt keine Kräfte in x-Richtung, in horizontaler Richtung. Das heißt, unsere Kraftsumme in x-Richtung wird uns hier kein sinnvolles Ergebnis, keine sinnvolle Gleichung liefern. Wir bekommen 0 ist gleich 0. Damit können wir nichts anfangen. Aber wir haben hier im Grunde als Unbekannte ja nur Na und NB. g ist zwar allgemein in erster Linie, aber nicht unbekannt, sondern als gegeben vorauszusetzen. Wir wollen ja dann bestimmen, wie groß kann g, also die Masse der Kiste maximal sein, damit der Kran nicht umkippt. Daher reicht es uns in dem Fall aus, diese zwei Gleichungen aufstellen zu können, nämlich Momentengleichgewicht um einen beliebigen Punkt und Summe der Kräfte in y-Richtung. Und genau das wollen wir tun, nämlich wieder unser Gleichgewicht aufstellen. Die Summe der Momente, ich nehme jetzt hier den Punkt A. A oder B sind wiederum eigentlich gleichwertig. Ich habe mich für A entschlossen und beginne von links. Wir haben einmal g mal Normalabstand a. Das sollte jetzt mittlerweile relativ klar sein, wie das funktioniert. Positive Rotation um a gegen den Uhrzeiger sind. Negative Rotation von g1 mit dem Normalabstand b. Ebenfalls negative Rotation von g2 mit dem Normalabstand b plus c. Wieder negative Rotation von g3. Ich überspringe jetzt nb kurz, damit wir hier weitermachen können. Mit b plus c plus d plus e als Normalabstand. Und dann fehlt uns noch das 2nb, das wiederum positiv dreht um a mit dem Normalabstand b plus c plus d. Alles zusammen muss wiederum 0 ergeben. Statisches Gleichgewicht. Und das ist dann schon unsere Gleichung 1. Und als zweite Gleichung lässt sich die Summe der Kräfte in y-Richtung aufstellen. Wieder begonnen links minus g plus 2na minus g1 minus g2 plus 2nb minus g3 ist gleich 0. Gleichung 2. Damit können wir bereits das Gleichungssystem beginnen zu lösen. Wir können nämlich beispielsweise aus der Gleichung 1 wiederum aus dem Momentengleichgewicht uns eine Form für nb überlegen. Dort ist wiederum nur nb enthalten und wir formen das Ganze gleich um. nb ist also gleich durchdividiert durch den gemeinsamen Faktor von nb. Das wäre 1 durch 2 mal b plus c plus d einfach von oben abgeschrieben und dann multipliziert mit allen anderen Termen und die Vorzeichen umgedreht auf die andere Seite gebracht. Also minus g mal a plus g1 mal b plus g2 mal b plus c plus g3 mal b plus c plus d plus e. So, jetzt kennen wir g1, g2, g3 und setzen die entsprechend ein. Auch die Abstände a, b, c, d, e. Was wir allerdings offen lassen, ist unsere Gewichtskraft der Last vorne, dieses Betonklotzes mit g. Denn das wollen wir dann ja am Ende entsprechend bestimmen. nb ist dann also alles zusammengefasst, eingesetzt, 5576,47 Newton minus Faktor 0,2941 mal dieses noch unbekannte undefinierte g. Das wäre ein Zwischenergebnis. Und dann können wir mit der Gleichung 2 auch das Analoge für n a durchführen. n a wäre dann 1,5 g plus g1 plus g2 minus 2 nb plus g3. Eingesetzt, erhalten wir ein n a von 6226,53 Newton, alle Zahlenwertergebnisse, Zahlenwertangaben eingesetzt. Und plus 0,7941 mal unser noch offenes g. Zweites Zwischenergebnis. So, jetzt schauen wir uns noch einmal die Fragestellung an. Die erste Frage war, Lagerkräfte auf jeden der Reifen, das haben wir jetzt definiert als allgemeine Formel, wenn die Last mit konstanter Geschwindigkeit angehoben wird, also keine dynamischen Effekte auftreten, und die Last eine Gewichtskraft g hat. Diese Gewichtskraft g ist hier gegeben. Die können wir also für den Punkt a direkt einsetzen. Punkt a ist dann g gleich 3200 Newton. Damit ergibt sich ein n b von 4,632 Kilo Newton und ein n a von 8,77 Kilo Newton. Das ist in a gesucht. Und jetzt stellt sich natürlich die berechtigte Frage, das hätten wir ja können bereits hier entsprechend einsetzen und dann diese Ergebnisse schon in diesen jeweiligen Zeilen produzieren. Vollkommen richtig. Aber wir wollen jetzt ja definieren, wann beginnt der Kran eigentlich zu kippen. Das heißt, welche maximale Last g darf gehoben werden, ohne dass der Kran kippt. Und dazu brauchen wir zumindest für diese obere Gleichung hier eine allgemeine Form als Funktion dieser Last g. Und jetzt ist die Frage, wann beginnt der Kran eigentlich zu kippen. Kurz überlegt, wann beginnt der Kran zu kippen? Schauen wir uns das Freikörperbild an, bzw. vergleichen es mit der Angabeskizze. Wir heben hier vorne diese Last. Der Kran würde so herum positiv im Koordinatensystem kippen. Wann setzt das Kippen ein? Na, wenn sich die Hinterräder von der Unterlage abzuheben beginnen. Abheben von der Unterlage ist gleichbedeutend mit, die Normalkraft in B hier hinten verschwindet. Das wäre dann gerade ein Schwebezustand. Wenn der Kipppunkt in B wird 0, dann reicht sozusagen ein Lufthauch, um den Kran tatsächlich umzukippen. Deswegen ist es unser Ansatz, unser Grenzfall. Wenn die Normalkraft in B 0 wird, dann wird der Kran beginnen zu kippen. Und genau das können wir ja einsetzen in unsere Formel hier oben. Wir können nämlich diese allgemeine Formel 0 setzen und haben dann sofort ein Ergebnis für das maximale G der Last. Also NB ist gleich 0 und von oben eingesetzt 5576,47 Newton minus 0,2941 mal G. Also ist G 5576,47 Newton durch diesen Faktor 0,2941. Und das sind 18,96 Kilo Newton. Das wäre die Last, die sich gerade noch heben lassen würde, ohne jegliche Reserve. Natürlich würde man so viel nicht zulassen, denn dann, wie gesagt, reicht ein Lufthauch oder ein Staubkorn quasi auf die Last, um den Kran tatsächlich umzukippen. Ich hoffe, auch das war wiederum klar. Wenn es Fragen gibt, bitte gerne die Fragen in den Kommentaren stellen. Dann gibt es so schnell wie möglich eine Antwort von mir. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Beispiel wieder und wünsche bis dahin alles Gute und bis bald.